So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play... Autsch. Ähm... Ähm, 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 ähm... Terraria? Ich habe wie angekündigt mein Inventar ein klein wenig aufgeräumt. Und, ähm... Irgendwas Spannendes da unten. Sieht nicht so aus. Und ich habe auch diesmal Bomben mitgebracht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zumindest ein klein wenig... ...jetzt auch in den Corruption-Biom rumschnüffeln können. Achso, wir können jetzt ja schwimmen. Da war ja was. Den Pilzen nicht mit. Keine Ahnung, warum der liegt. Habe ich vermutlich abgeschossen oder so. Und da ist auch schon die Corruption. Aber wir schauen uns hier vorne noch ein klein wenig um... Okay. Nichts weiter Tragisches. Nur ein kleines Schleimchen. Ich habe jetzt auch, ähm, nochmal den Sound für... ...unser Lasergedöns etwas runtergedreht. Und auch, ähm, mehr generell. Um da, hoffe ich, jetzt mal diese... ...übermäßige Lautstärke etwas zu reduzieren. Sodass ihr mich auch noch versteht. Und nicht nur... Piu, 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 piu. Wäre ja auch sonst langweilig. Also zumindest gehe ich davon aus, dass ihr dieses Let's Play, ähm... ...nicht nur für diese lustigen, tollen Piu, piu, piu Geräusche schaut. Mich zumindest wird's irgendwann mal ziemlich bald nerven. Oder ziemlich jetzt nicht. Wir kommen da nicht runter, weil... Oh, natürlich. Auch gleich so volle Gesellschaft. Ich mag dich auch. Ich würde überhaupt, im Hard-Mode würde auch dieser Bereich hier nicht lange halten. Spätestens dann, wenn... Eigentlich auch jetzt vermutlich schon nicht. Weil immerhin transportieren ja auch schon die, ähm... ...Corruption-Thorns, ähm... ...die Corruption weiter. Ich glaub sogar schon im Normal-Mode. Aber allerspätestens dann die Corruptors aus, ähm... ...dem Hard-Mode würden dann mit ihren Geschossen die Corruption hier überall drum schießen. Und dann wäre hier irgendwann alles dunkel. Sodass es hier zur Zweik runter geht, gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Im Hinblick auf, ähm... ...aber schön viele Dämon-Eutare. Ähm... Gefällt mir gar nicht für den... Oh! Eater of Worlds, also den Boss hier. Der macht mir dann doch schon etwas Sorgen. Auch Sorgen macht es mir, dass wir hier schon im... ...Cave-Layer sind. Ähm... Toll. Wir suchen alles Mögliche ab. Und dann, schwuppdiwupp, finden wir einen freiliegenden Dämon. Äh, nein. Nicht Dämon, sondern... Dark Orb? Shadow? Shadow Orb. Richtig. Und ziemlich komische Höhlen mit komischen Fischen, die nicht nett aussehen. Und verquallen. Aber auch nichts Spannendes. Okay. Dann schnell hier wieder raus und dann den... ...ersten... ...Shadow Orb zerstören, für den wir nicht mal Bomben brauchen, glücklicherweise. Money! Das ist ein komischer Aufbau, ne? Also so... ...so habe ich Corruption noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich habe jetzt aber auch noch nicht so viele gesehen. Also Corruption Biome überhaupt. Scheint ein Generierungsfehler zu sein, aber den können wir direkt mal ausnutzen. Und wir bekommen natürlich die Muskete. Was denn auch sonst? Achso, das sind nur Schleime, die sind nicht weiter wichtig. Schleimbältchen müssen wir genug haben, ja. Jill. Guck, das ist ja eben hinaus. So, jetzt hätte ich aber gerne einen etwas bequemeren. Oh, da sind Tränke drinne. Welcher ist das? Jill's Potion. Ähm, bringt mir ja wenig. Den könnte ich im Ozean anwenden, aber eigentlich auch nicht. Das Herz interessiert mich da schon etwas mehr. Ja. Hm. Wenn es hier jetzt noch einen einigermaßen brauchbaren Weg nach draußen gibt und mich diese Teile mal in Ruhe lassen, dann wüsste ich so ungefähr, wo ich meinen letzten Shadow-Op zerstören werde. Mir fehlt echt ein Belong, ne? Mir fehlt auf jeden Fall ein Gravitation Potion. So, was werde ich machen? Ich glaube, ich habe sogar eine Idee, wie ich das Ganze insgesamt aufziehen werde. Und zwar... Finden wir hier eine Sternschnuppe? Okay. Kann man mal mitnehmen. Gut. Ähm... Oh Gott, ich sehe nichts. Na, ich habe mir mit der Tageszeit keine gute ausgesucht, das muss ich zugeben. So, jetzt nehmen wir erst einmal den so mit, denn das Herz haben wir jetzt ja schon. Also ich brauche auf jeden Fall einen etwas breiteren Streifen. Ich wusste doch, der lebt noch. Da fiel kein Geld vom Himmel. Den ich am liebsten noch überdachen möchte, um nicht die ganze Zeit für diesen Eat of Souls, ähm, permanent angegriffen zu werden. Aber es muss in einer vernünftigen Höhe zum Erdboden sein. Das sollte reichen. Na, muss ich die jetzt tatsächlich abbauen? Ich habe herzlich wenig Lust, die Bäume abzubauen, weil die bringen... ...geben mir, glaube ich, Shadewood. Das ist nochmal eine andere Holzart und blockiert damit einen Inventarplatz. Aber so ist das natürlich auch in Ordnung. Wenn ich mich hier so ranbaue, dann hier vorne noch. Durch so ein... ...lochgroße Teile kommen... ...ja eh nichts durch. Und nun muss das Ganze nur schnell überdacht werden. Dann haben wir unsere Arena auch bereits. Ich glaube, da brauchen wir nicht allzu viel. Muss halt nur einigermaßen passen. Aha, jetzt geht das wieder los. Ausgerechnet das mit diesem blöden Hook, den wir haben. Ein bisschen Licht da noch rein, wäre ganz nett. Damit ich auch sehe, was ich hier abschieße und nicht so erst erahnen muss. Und die Sternschnuppe nehmen wir natürlich auch mit. Und die Fackel verschwindet hinter den Bäumen. Na, herzlichen Glückwunsch. Und da waren Dornen. Ja, okay, die können mir egal sein. Lass mich doch in Ruhe. I don't know. Keiner mag dich. Machen wir schnell. Ja, für irgendwas ist der Stab tatsächlich noch gut. Sei es einfach nur für ein klein wenig mehr Schaden. Gut. Ähm. Sprunghöhe. Wenn ich ihm ausweichen würde, müsste ich bis hier hoch bauen. Das wäre eher utopisch. Ja, wobei, eigentlich gar nicht mal so. Muss halt einfach nur einigermaßen vernünftig hier sitzen. Und die Sterne immer schön mitnehmen. Vielleicht kann man sie ja nochmal brauchen. Ich wüsste zwar nicht wofür. Aber okay. Lieber einen Stern zu viel als einen zu wenig. Lass mich alle in Ruhe. Ich kann sie aber auch einfach nicht ignorieren. Weil wir einfach noch überhaupt nicht stark genug sind. Alter Schwede. Deswegen möchte ich sie auch nicht dabei haben, wenn wir gegen den... Ah. Gegen den Eater of Worlds kämpfen. Weil das wäre etwas ganz sehr angenehm. Diese Eater of Souls würde den Kampf schwerer machen als... Naja. Die wären die einzige Schwierigkeit im Kampf, sagen wir es mal so rum. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Also... Ich meine jetzt... Allein von der Anzahl unserer Dirt-Blocke noch. Nicht, dass wir gleich feststehen, wir haben zu wenig Dirt oder so. Und ich kann natürlich nicht runterbauen. Das wäre auch so schön gewesen. So, das soll jetzt der Letzte sein, der sich hier reingemogelt hat. Ich möchte mich bitte nicht... Noch nebenbei beschäftigen müssen, damit diese... Eater of Souls zu besiegen, wenn ich gleich gegen... Den Herrn Kollegen kämpfe. Wir haben uns aber echt... Echt eine Blö... Ne, das geht so überhaupt nicht. Ähm... Einmal die Seite wieder abbauen. Ich muss da etwas mehr nach rechts. Wow. Leck, Kumio. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Leck. Und ich weiß nicht, woher... Warum das passiert. Ich weiß nur, dass mir währenddessen diese blöden Jeter of Souls auf den Schnürsenkel gehen. Und diese blöden Augen nebenbei auch. So, wieder beruhigt. Danke. Dann kann ich jetzt ja in Ruhe weiterbauen. Das sollte es dann aber auch gewesen sein. Ah, dieser blöde Ast, der da hängt. Ist ja wohl nicht wahr. Gut. Irgendwas Wichtiges noch? Nö. Hier einfach... Na, okay. Wenn ich da schnell reinspringe und will, sollte ich vielleicht noch ein klein wenig mehr abbauen. So. Dann kann ich das hinterher ergänzen. Da brauchen wir eh noch eine halbe Unendlichkeit, bis er dann so voll einsatzfähig auf uns zustürmt. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was hier Slacken macht. Na, was macht schon, aber woher es kommt? Und... Autsch. Oh. Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Ja. Okay. Dann nächster Versuch. Kohle gleich wieder einsammeln. Und dann auch gleich mal darauf hoffen, dass wir nicht nur diese blöden Musketen da zu fassen kriegen. Dann endlich mal ein Pfeil, Zorn. Das wird uns auch beim Eater of Worlds ziemlich weiterhelfen. Denn der Schaden ist jetzt zwar nicht so hoch, aber dadurch, dass diese Waffe dauerhaft ist, also eine ganze Zeit lang anhält, und, ähm, auch penetriert, macht sie ja am Eater of Worlds extrem hohen Schaden. Also ich muss gleich nur irgendwie möglichst schnell zur Arena finden. Und ich werde gleich auch, ähm, in diesem Zuge die Karte ausschalten. Aber erst einmal hier die entsprechende Shadow-Opte nicht viel zertrümmern. So, da unten hätten wir einen. Ähm, da unten hätten wir auch einen. Sogar ohne Wasser, das wäre recht angenehm. Aber dafür bräuchte ich 10.000 Bomben. Und das ist wiederum etwas unangenehm. Lass mich am besten kurz mal in Ruhe. Ich muss meine Bomben rausholen. Und nun... Oh, ich wusste doch, irgendwas klingt da so nach Wurm. Zum Glück bin ich nicht da stehen geblieben. So, dafür bräuchte ich eine Sticky Bomb. Ansonsten käme ich da nämlich nicht dran. Hm, hier hätten wir einen Shadow Orb, aber den würde ich quasi fluten. Und hier ist nachher der Shadow Orb, an den ich ohnehin ran möchte. Also nicht der dort, sondern der Kollege hier unten. Jo, den kann ich ja schon mal freisprengen. Wie gesagt, den muss er ja eh gleich hin. Dann kann ich mir hier auch gleich mal ein bisschen Licht machen. Ja, okay, eine... Einmalig reicht, danke. Achso, wir haben ja noch gar keine Nerf, ne? Achso, wir haben ja überhaupt gar nichts. Hält mir gerade mal so auf. Das ist ja auch so schön gewesen, wenn das gereicht hätte. Okay, also noch eine Bombe, bitte. Und ich glaube, wir werden danach noch eine brauchen. Sieht zumindest sehr danach aus. Aber wenn sie dort explodiert, dann sollte es jetzt auch ausreichen. Ja. Alter, ich dachte schon, die rutscht da runter. Dann wäre jetzt nicht endgültig Feierabend gewesen. Also nicht Feierabend, aber dann... Hätten wir unseren Plan etwas umändern müssen, dann hätten wir nämlich nicht den geraden Weg nach oben nehmen können. So, aber damit haben wir schon mal so unseren wichtigsten Anlaufpunkt fertig. Die Quale da hinten lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Ähm... Ein Trunk, das ist ein Swiftness Potion. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann nicht je noch mal sprengen und dann dürften wir unsere drei Shadow Orbs voll haben. Boom. Das ist eigentlich ganz interessant... Ähm, nicht ganz interessant, aber es wäre ganz schön. Denn wir würden so die Nightmare-Axis folgen. Also zusammenkriegen und dann können wir uns das Sprengen, ähm... Ding jetzt da sparen. Besser noch, ähm... Crimson und alles. Also wir sparen uns schon tatsächlich irgendwie was damit. Files on! Ah, na bitte! Das Spiel hat uns doch manchmal lieb. So, was ist denn die Verzauberung? Speed? Okay, das ist jetzt nicht so vielleicht das Nonplusultra dieser Welt, aber okay, dafür weniger Mana kosten. Das ist gar nicht so schlecht. Plus 10 Knockback. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Aber die Schaden... Also das Schadensplus ist doch relativ gut. So, dann würde ich sagen, ersetze ich mal den Stab hier da durch und den Crimson Rod nehmen wir mal hier hin. Wobei werde ich eher mit dem... Ja, ich werde eher mit dem Pfeilzorn angreifen, deswegen... Zack, so. Machen wir das so und dann... Was ich natürlich auch machen könnte, wäre meine Zeit nutzen, um schon mal abzuhauen. Genau deswegen. Denn ich habe jetzt keine Lust auf den Herrenkollegen mich sofort mit ihnen anzulegen. Zumindest nicht hier unten, das könnte etwas ungünstig werden. Oh Gott. Zum Glück hat er nichts drauf außer Zahnbelag. Und er kommt gar nicht mal so hoch, sehe ich gerade. Das macht mir etwas Sorgen. Er kommt echt nicht so hoch, ne? Okay, wir haben mit dem keine zeitliche Begrenzung, soweit ich das weiß. Ah doch. Das ist doch sehr angenehm. Ja, das können wir jetzt einfach so machen, das wird sich ziemlich schnell lösen, würde ich sagen. Ist sogar eigentlich ziemlich angenehm, dass er nicht nach hier unten kommt. Wenn das hier hochkommt, meine ich. Was bedeutet immerhin... Halt, ich könnte es etwas regnen lassen. Das bedeutet immerhin, dass wir uns nicht mit ihm allzu sehr abärgern müssen. Wow. Die beiden arbeiten in Kombination ziemlich gut, muss ich sagen. Also, Crimson Rot und Final Thorn. Die haben ihn regelrecht zerfressen, würde ich sagen. Ja, ich liebe beide Waffen eigentlich. Wobei, gerade der Crimson Rot wird nachher auch später bei Skeletoren durchaus noch hilfreich sein. Perfekt. Schade. Ich dachte, er zieht vollkommen durch. Das wäre natürlich sehr angenehm gewesen. Autsch. Na, komm her. Ah, das nervt mich am Eater of Works. Es dauert ewig, bis man den klein gekriegt hat. Puh. Also, der Kampf wird auf jeden Fall nicht problematisch. Erst recht nicht bei unserer Vorbereitung. Ihr seht es selber. Der Kampf ist im Grunde genommen ein Scherz. Der tötet sich quasi selber. Aber wenn man das Glück hat, vor, zumindest ein Fall Fallzorn zu erwischen, dann ist dieser Kampf ein Scherz. Einfach, ja, einfach so. Es ist... Er macht sich quasi von allein. Man muss im Grunde genommen nichts weitermachen außer ab und an mal so ein Fallzorn loszulassen. Selbst wenn man nicht mit magischen Waffen generell spielt, ist Date of Works ein Scherz. Und tschüss. Das war's auch schon. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal die ganze Arena wieder abtragen. Wobei ich jetzt als allererstes erstmal hier alles einsammeln möchte. Bevor ich das nämlich noch irgendwie vergesse und es dann am Ende womöglich weg ist. Ich kenne das ganze ja. Sie haben mir durchaus zuzutrauen. Gut, dann kann der Kleine auch mal weg. Oh, irgendwas habe ich da abgeschossen. So, ist jetzt noch irgendwas? Nö. Ich würde auch sagen, ich habe alles hier raus, was ich haben wollte. Äh... Oh Gott, ich sah mich gerade schon sterben. Ich dachte, ich hätte keinen Sprung mehr. Und irgendwie haben meine Reflexe auch nicht gesagt. Den Hook! Mach den Hook! Ich wäre da genanlos runtergefallen. So, ganz brain-up-car. Gut. Hier war auch nur eine Muskete drin, also nichts Spannendes. Gut. Sogar eine Slum... Oh, wow. Weiß! Das Ding würde in Lava einfach genanlos da brennen. So, also die Arena baue ich dann gleich nochmal ab. Das müsst ihr aber nicht mit ansehen, denn der Part ist eigentlich auch schon so gut wie beendet. Ich muss sagen, ich fand den jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend, weil es war tatsächlich halt einfach nur die Eat of Worlds. Er wäre vielleicht spannend geworden. Ja, auch eigentlich dann nicht, aber... Er wäre bei weitem schwerer gewesen, hätten wir nicht unterwegs sind mit einem Fallsaum gefunden. Dann hätten wir nämlich mit der Space Gun abschießen müssen. Das wäre etwas... Das hätte etwas länger gedauert, weil die Space Gun ja schnelle Schüsse abgibt und dadurch auch nicht durch diese permanente Durchdringung profitieren. Die die Fallsaum hat, weil der Zauber ja etwas bestehen bleibt und deswegen ich glaube gut eine Sekunde oder sogar zwei. Vielleicht sogar... Ja, irgendwas zwischen zwei und zweieinhalb Sekunden würde ich sagen. bleibt der Zauber ja an sich bestehen, von daher, ähm... Alter Schwede, hört auch noch zu nerven. Ähm... Von daher ist es mit dem Fallsaum einfach einfacher. Aber wir hätten ihn vermutlich auch so platt gekriegt. Ich hätte mir jetzt keine Sorgen gemacht. Vor dem Auge hatte ich mehr Angst, vor dem Gehirn habe ich immer noch Angst, denn der wird... Nicht der, sondern das Gehirn wird auf jeden Fall nicht so angenehm wie der Wurm. Aber wir werden sehen, wir werden uns sehr bald daran machen an das Gehirn. Und dann kurz... Ne, ein Dschungelabenteuer brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Gibt es da noch irgendwas im Dschungel, was mich gerade so ganz spontan interessieren würde, von dem ich glaube, dass ich es unbedingt jetzt noch brauche, bevor ich in den Dungeon gehe? Eigentlich nicht. Die sollten soweit eigentlich ausgerüstet sein. Was vielleicht noch interessant wäre, wäre tatsächlich endlich mal die Goblin-Invasion. Da muss ich schauen, ob ich sie womöglich Goblin-Scouts provoziere. Also, dass ich die Klamotten des Goblin-Scouts dafür verwende, diese blöde Fahne herzustellen. Denn den Goblin-Tinkerer hätte ich gerne auf jeden Fall noch, allein schon für die Spectre-Boot. Dann natürlich auch immer noch Gravitation-Potion. Denn was ich eigentlich vor dem Dungeon unbedingt noch gerne machen wollen würde, wäre zumindest einmal aufsteigen in den Himmel, in der Hoffnung ein paar Ballons zu finden. So ungefähr drei Stück. Zwei haben wir schon. Achso, dann müssen wir auch noch hier irgendwo auf der rechten ist hier der Dschungel? Das sieht sehr Dschungel-mäßig da aus. Ich habe es natürlich wieder vergessen, ob da der Dschungel war oder nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass da der Dschungel, ja, ja, natürlich, das Gras ist da viel zu hell für. Also müssen wir auf der linken Seite irgendwo noch nach, ähm, nach dem Arctis-Biom gucken. Denn ich möchte natürlich auch noch einen Blizzard in eine Bottle haben. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal fürs Zusehen. Und schießt da schnell nochmal die Krügel kurz und klein. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage bis denne!